Dann muss ich die Ausflüge machen. Schuhe, Schuhe, Schuhe! Alles hier draußen! Was haben wir gemacht? Wir wissen mal nicht. Haben wir auch schon wieder zu fahren. Komm, sag ich, wir machen Schuhe. Hier, alles raus! Zack, ausmarsch! So, alles klar, das Konflikt hoch. Hast du auch mal Schilder gewonnen? Nein, wir haben hier die Polizei an. Ja, die wussten aber nicht, ob sie es packen, weil sie eben viel zu tun. Oh, viel zu tun! Willkommen doch von Frankfurt! Wo ist hier eine Fahrkarte? Ja! Hier ist hier eine Fahrkarte von Frankfurt. Fahrkarte von Frankfurt. Fahrkarte. flach ins Kto. Aber der Fahrrad vom Kartei. Und ich war aber nicht ein solcher. Das war die Fahrrad mit. Vielen Dank.